Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich mit dem Smartphone einen QR-Code richtig scannen bzw. auch richtig lesen kann. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Neuere Handy-Modelle haben meist schon einen QR-Code-Scanner automatisch in der Kamera integriert. Deswegen am besten einfach mal auf die entsprechende Kamera-App bei deinem Smartphone draufklicken, dann einfach mal über diesen QR-Code drüber halten und wenn sich jetzt das Ganze schon automatisch öffnen würde, haben wir das Problem eh schon gelöst. In meinem Fall macht es das nicht, weswegen wir hier einmal noch eine andere Lösung benötigen. Am einfachsten geht es mit einer kostenlosen QR-Code-Scanner-App. Hierfür einfach mal auf den Google Play Store draufklicken, anschließend in der Suche QR eingeben, dann kommt normalerweise eh schon ganz oben der QR-Scanner, da klicke ich auch mal noch drauf und dann können wir uns eine beliebige App hier unten aussuchen. Die sind nämlich eh relativ ähnlich aufgebaut und funktionieren auch ähnlich. Deswegen klicke ich mal hier auf Installieren drauf. Nach dem erfolgreichen Download können wir auch schon einmal das Ganze öffnen, hier auf den entsprechenden Button klicken. Dann wollen wir es natürlich mit der Kamera anschließend auch scannen. Nun muss man auch zulassen, dass die App auch auf unsere Kamera zugreifen darf. Deswegen einfach mal auf Zulassen klicken und anschließend wieder vor die Kamera direkt über diesen QR-Code drüber halten. Wenn das geschehen ist, wird auch schon angezeigt, welche Webseite sich nun öffnen würde. Da klicke ich anschließend auch einfach mal noch drauf. Wieder auf OK klicken und wir können sehen, dass unser QR-Code auch schon richtig eingescannt wurde. Wenn du dir übrigens das derzeit beliebteste PC-Zubehör im Internet einmal anschauen und vielleicht auch etwas davon zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon zu den beliebtesten PC-Zubehörprodukten. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen. Und dann kannst du mir gerne einen Daumen nach oben sehen.